Guten Tag! Ich bin gleich bei euch. Also da, 150 Liter. Perfekt. Danke sehr. Schauen wir uns mal kurz auf. Ich bin gleich bei euch. So, dann machen wir auch 150 Liter. Ja, ist ja perfekt. Guckst du mal, so in drei Flügen, ob du mir eine Tasse Kaffee Nuss und eine halbe Tasse Kaffee mitbringen kannst. Mit Milch. Bitte sehr. Danke. So, wo fahren wir hin? Egal. Ach, sie war schon mal dabei. Ich war schon mal. Richtung Frankfurt geht das? Richtung Frankfurt, wir können ein Stück in der Richtung gehen, ja. 14, 12, 53. So, okay. So, okay. Jetzt muss ich natürlich der Zettel nicht vergessen. Da muss jetzt eins stehen. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. Okay. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay, Oooo! Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020